Bus und Bahnfahren soll für alle Menschen bequem und umweltfreundlich sein. Für Menschen mit Behinderungen ist der öffentliche Nahverkehr oft noch unsicher, obwohl es Fortschritte gibt. Die BVG bietet am 29. August in Zehlendorf ein besonderes Mobilitätstraining an. Hier können Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Langstock in einem stehenden Bus üben, ein- und auszusteigen und sich sicher zu fühlen. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der BVG. In Marzahn-Hellersdorf gibt es eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Die Treffen sind kostenlos und es gibt Hilfe beim ersten Besuch. Betroffene können sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 13 Uhr treffen. Die Gruppe bietet Unterstützung und Austausch, um Isolation zu verhindern. Anmeldung erfolgt telefonisch, per E-Mail oder persönlich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Am Dienstag wurden auf dem Indianerspielplatz in Heiligensee viele gefüllte Hunde-Kotbeutel gefunden. Unbekannte hatten sie auf Spielgeräten für kleine Kinder verteilt. Die meisten Beutel konnten leicht entfernt werden, aber die Nestkorbschaukel musste gründlich gereinigt werden. Nach fünf Stunden Arbeit ist der Spielplatz wieder sauber und geöffnet. Die Behörden bitten um Hinweise zu dem Vorfall. Am Ellis-Salomon-Platz fehlen gemütliche Orte zum Verweilen. Seit 2018 arbeiten Bürger daran, die Gegend schöner zu machen. Verschiedene Projekte wurden geplant und erste Veränderungen sind bereits sichtbar. Ein neues Projekt namens Zwischenräume hat einen Gemeinschaftsgarten geschaffen, der sich vor der Ellis-Salomon-Hochschule befindet. Ein Anwohnerbeirat unterstützt diese Projekte und bringt die Hochschule und die Nachbarschaft zusammen. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und das Miteinander zu fördern. Auch 2024 gibt es in Marzahn-Hellersdorf das Projekt Aktiv in den Ruhestand. Sozialstadträtin Juliane Witt und Rebecca Zelljahr laden zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ein. Hier können sich Menschen über den Übergang in den Ruhestand informieren und neue Aktivitäten kennenlernen. Auf einem Markt der Möglichkeiten stellen sich viele lokale Einrichtungen und Organisationen vor, die Angebote zu Gesundheit, Sport, Bildung und ehrenamtlichem Engagement bieten. Am Freitag, dem 9. August um 17 Uhr, wird im Saal der Empfänge in den Gärten der Welt die Ausstellung hinweg sein eröffnet. Neun Künstlerinnen aus Hellersdorf-Marzahn zeigen ihre Werke zum Thema Ankommen und Abschied nehmen. Die Ausstellung läuft vom 10. August bis 20. Oktober. Die Besucher können die verschiedenen Gefühle und Reisen, die die Künstlerinnen darstellen, entdecken und genießen. Gestern Abend wurden Polizeikräfte in Friedrichshain angegriffen und beleidigt. Ein 66-jähriger Mann fuhr betrunken Fahrrad und wehrte sich gegen die Polizei. Ein 25-jähriger Mann wurde ebenfalls aggressiv und biss einen Polizisten. Beide Männer wurden festgenommen und müssen sich nun vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Gestern Nachmittag wurde in Schöneberg ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Der 36-Jährige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete die Polizei, als diese ihn stoppen wollte. Nach einer Verfolgungsjagd und einer Flucht zu Fuß, bei der er Drogen und Mobiltelefone über einen Zaun warf, wurde er gefasst. Die Polizei fand bei ihm und in seinem Auto Drogen, Bargeld, eine Waffe und mehrere Mobiltelefone. Der Mann gab zu, am Vortag Kokain konsumiert und keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Er muss sich nun wegen vieler Straftaten und Verkehrsvergehen verantworten. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag ist es leicht bewölkt, bei einer Tiefstemperatur von 15 Grad. Am Freitag bleibt vormittags und auch am Nachmittag die Voltendecke geschlossen, bei einer Höchsttemperatur von 26 Grad. Das war aus Berlin, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020